Rentenversicherungspflicht für Selbstständige, die wird auf jeden Fall kommen, was du dazu wissen musst, jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Like am Versicherungsmakler, mein Name ist Nico. Die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige wird definitiv auf den Weg gebracht werden, laut Aussagen von Hubertus Heil und natürlich auch der Festsetzung im Koalitionsvertrag ist dieses nur noch eine Formalie, wann und wie genau dieses durchgesetzt wird. Sie wird aber definitiv in den nächsten zwei, drei Jahren umgesetzt und somit stehen wir in der Pflicht, erstmal natürlich für unsere Altersvorsorge vorzusorgen. Das ist sowieso klar, das sollte jeder Selbstständige sowieso machen. Die Frage ist aber immer nur, wie viel und mit einer gesetzlichen Lösung ist natürlich dann ganz genau festgeschrieben, dass du Betrag x zahlen musst, beziehungsweise vorsorgen musst, damit eben die Altersarmut abgewendet wird. Als Selbstständige hat man die Tendenz, dass man eher etwas zu wenig Altersvorsorge betreibt und deswegen ist anhand von Statistiken herausgekommen, dass viele Selbstständige monatlich im Alter dann später eine Rente von weniger als 1000 Euro haben werden. Viele werden sogar in diese Grundrente hineinfallen, das heißt, sie haben vorher nie was in diesen Topf eingezahlt, werden aber letztendlich aus diesem Topf bedient. Dass dieses System hakt und krankt, das ist klar. Von dem her ist es eine gute Sache, dass Selbstständige auch in diesen Topf einzahlen müssen, beziehungsweise verpflichtet werden, auch adäquat vorzusorgen. Eine Größe spielt eine ganz große Rolle und zwar ist es der Höchstrechnungszins und der wird zum Jahreswechsel jetzt geändert, nämlich von 0,9% aktuell auf 0,25% ab dem Jahr 2022. Und dieser Höchstrechnungszins ist natürlich direkt dafür verantwortlich, wie viel Rente du später ausgezahlt bekommst. Und dieser Beitragszins, der muss unbedingt in deinem Vertrag garantiert sein und das Ganze zu 100%. Das ist eine ganz wichtige Sache, damit es keine Optionen gibt und der Versicherer dann externen Treuhänder kommen lässt und der rechnet und sagt, hier die Zahlen sind falsch, ihr müsst das nachkorrigieren, die Kunden dementsprechend informieren, dann bekommst du definitiv weniger. Das heißt unbedingt die 100%ige Garantie des Höchstrechnungszinses. Am besten kümmerst du dich anhand von einer Basisrente, von einer Rürup-Rente dieses Jahr noch um deine Altersvorsorge. Nicht, damit du eine Altersvorsorge hast, sondern damit du einfach diesen 0,9%igen Höchstrechnungszins noch nutzen kannst. Nächstes Jahr ist es dann zu spät, da haben wir nur noch 0,25% und deine Rente fällt natürlich dementsprechend niedriger aus. Deswegen eine ganz wichtige Sache für alle Selbstständigen, auch ich mache das noch, eine Basisrente abschließen. Du musst sie nicht maximal bedienen, aber einfach nur, dass du dieses Produkt hast. Warum ist das noch wichtig? Eine ganz klare Angelegenheit, du wirst später als Selbstständiger natürlich nachweisen müssen, dass du genug Altersvorsorge betreibst. Das heißt nicht alle privaten Produkte werden dementsprechend dann auch vom Gesetzesgeber natürlich dann akzeptiert, aber sie wollen natürlich, dass du in diesen großen Topf einzeihst. Das heißt Vorsorgungskasse oder gesetzliche Rentenkasse. Und dementsprechend muss man natürlich dann eine gesetzlich anerkannte Altersvorsorge betreiben. Und das ist anhand von der Basis- bzw. Rürup-Rente natürlich möglich. Dass diese Produkte jetzt nicht unbedingt die attraktivsten sind, das steht fest. Definitiv wird es aber so sein, dass nur diese Produkte vom Gesetzgeber dann geltend gemacht werden können. Und dementsprechend sollte man natürlich dann jetzt unbedingt im Jahr 2022 noch handeln. Frag deinen Versicherungsmakler, deinen kompetenten Ansprechpartner. Wenn du keinen hast, meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Dann können wir dieses Jahr noch die ersten Schritte einleiten bzw. ins Handeln kommen, damit wir eben diese 0,9% noch nutzen können und später einfach die Existenz sichern. Es geht darum, dass wir später genug Geld auf der Seite haben bzw. monatlich hereinkommt. Und da spielt dieser 0,9%ige Höchstrechnungszins eine entscheidende Rolle. Und deswegen muss man jetzt noch handeln. Also nicht aufschieben. Ab dem Stichtag 31.12. bzw. mit dem Jahreswechsel zum 01.01. ist das Ding passé. Und wir haben nur noch die Möglichkeit, auf 0,25% zurückzugreifen. Also jetzt noch handeln, eine kleine Basis-Rente abschließen. Und wir können jetzt endlich dann unsere Beiträge natürlich dann später auch anpassen. Aber erstmal dieses Produkt haben, damit wir es später auch nutzen können. Und dementsprechend vom Gesetzgeber sagen können, wir haben eine gesetzliche Absicherung, eine Basis-Rente. Wir bedienen die mit Betrag X. Und dementsprechend können wir natürlich dann unsere Beiträge auch anpassen, wenn es soweit sein sollte, dass diese Verpflichtung der Altersvorsorge kommt. Und wir können dann unsere Beträge eben hochsetzen und dementsprechend auch adäquat vorsorgen bzw. nachweisen. Diese Opt-out-Lösung letztendlich dann auch nutzen. Und dementsprechend haben wir natürlich dann auch die Altersvorsorge auf stabile Beine gestellt. Vom Prinzip her ist es eine gute Sache, damit, wenn wir später auch aus diesem Topf bedient werden, natürlich auch vorher einzahlen. Ansonsten ist es das Riesenproblem, dass dieser Topf immer leerer wird in der gesetzlichen Rente bzw. der Versorgungskassen. Und dann haben die natürlich ein Riesenproblem. Sie müssen Kunden bedienen, Rentner bedienen, die vorher nie einen Cent in diesen Topf eingezahlt haben. Und das ist natürlich ein System, das nicht auf Dauer haltbar ist. Deswegen ist diese Lösung gut. Aber wir sollten natürlich auch frühzeitig handeln. Also nicht dann später, wenn es soweit ist, dann versuchen zu agieren und irgendwelche Optionen noch zu finden. Das müssen wir jetzt machen, damit es später passt. Alles, was du bis zum Jahresende erledigen kannst, ist Thema Altersvorsorge wirklich die Priorität Nummer eins. Und die muss jetzt angepackt werden, damit es noch durchgeht. Ansonsten ist es definitiv zu spät. Also die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige ein Riesenthema. Wichtig noch dieses Jahr zu handeln. Warum? Wegen einem Höchstrechnungszins von 0,9%. Der wird abgesenkt zu 0,25%. Das ist zu wenig. Deswegen unbedingt jetzt die ersten Schritte einleiten, damit du später nicht in die Röhre schaust. Eine ganz wichtige Angelegenheit, die wirklich von Herzen kommt. Auch ich werde noch handeln, damit es einfach sicher und safe durchgeht. Das war es kurz und knapp zur Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Ganz wichtige Aussage von diesem Video. Jetzt noch handeln. Mit dem Jahreswechsel ist es zu spät. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin. Ciao. Euer Nico. Ich bin everything. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020